Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mache das Intro jetzt schon einen Tag vor der Abreise, weil es um 7 Uhr losgeht. Und der Vlog wird mit einem neuen Programm jetzt bearbeitet und geschnitten. Deswegen auch einmal das neue Intro ab. Ich hoffe, das neue Intro hat euch gefallen. Und jetzt noch kurz zu dem Vlog, was passieren wird. Also meine Mama und ich fahren jetzt nach Kärnten zur Familie runter, denn mein Cousin hat Geburtstag. Und wir fahren mit dem Bus diesmal, weil es einfach zurzeit die günstigste Lösung ist. Also. Freunde, Bus verpasst in Erdberg. Wir fahren jetzt mit dem Zug vom Hauptbahnhof weg. Jetzt ist es 9 Uhr und ich habe hier jetzt schon keinen Bock mehr. Angekommen am Hauptbahnhof. Diesmal verpassen wir nichts. Boah, ich bin froh, dass wir den Bus verpasst haben. Schaut sich bitte diese Plätze an. So, kann man sich einfach zurücklehnen? Solche Zugplätze hatte ich glaube ich noch nie. Leute, angekommen in Kärnten. Wir chillen jetzt in der Familienrunde. Erster Tag ist zu Ende. Schauen wir mal, was für die nächsten Tage noch läuft. Dritter Tag ist fertig in Kärnten. Heute war Geburtstagsfeier von meinem Cousin. Morgen geht es wieder zurück nach Kärnten. Das werde ich noch aufnehmen, damit der Vlog ein bisschen länger geht noch. Ich konnte nicht viel filmen in Kärnten, weil alles nur Familienzeug und so. Und genau. Dann sehen wir uns bei der Rückfahrt. So, diesmal keinen Bus verpasst. Halbe Stunde vor der Abfahrt sind wir schon da. Und haben ihn schon gefunden. Und er geht jetzt ab nach Wien. Musik Ich bin wieder daheim angekommen. Wir sind jetzt mit dem Bus vier Stunden gefahren von Kärnten nach Wien. Von Erdberg dann noch Öffis nach Hause. Und jetzt endlich daheim angekommen. Damit beende ich auch den Vlog. Abonnieren, like nicht vergessen. Kommentiert bitte Feedback, wie ihr den Vlog jetzt fandet, weil ich ihn halt mit einem neuen Programm bearbeitet habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao.